Die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben Samstag, den 15. Oktober 2022 und wie jeden Samstag Verantwortungstalk. Zum Inhalt und technischen Grundrahmen brauche ich nicht viel erklären. Da gibt es in unserem korruptionsbefreiten Forum freie-argumente-kultur.de gibt es einen Thread zu den Samstagstalks bzw. Verantwortungstalks. Da könnt ihr gerne reinschauen. Nur die Überschrift sei immer noch wieder gesagt. Wir tauchen auf aus dem Strom des alltäglichen Lebens, um an alles die große Verantwortungsfrage zu stellen. Ja, und dann würde ich sagen, können wir in die erste Runde unseres Austausches heute Abend starten. Wechsel 4 Ja, also, beim letzten Mal ist mir erst deutlich geworden, wie riesig doch aus naturwissenschaftlicher Sicht die vorteilbringenden Irrtümer der Waffensparten in die Schenkerbewegung eingedrungen sind. Sie hatte auf der einen Seite aus naturwissenschaftlicher Sicht ja ein viel zu positives Menschenbild, so, dass der Mensch die ganze Menschheit als Familie empfinden könne, ja, und auf der anderen Seite ein viel zu negatives Menschenbild, nämlich, dass sie den Menschen nicht als pazifistisch sehen kann, sondern genauso sieht, wie es die Waffensparten gerne haben. Mal ein paar ganz kleine erste Informationen. Naturwissenschaftlich, Öffi hat letztens von der Steinzeit geredet, beginnt die Steinzeit vor 2,5 Millionen Jahren. Die ersten Spuren von Krieg bei der Menschheit findet aber die Naturwissenschaft erst vor 15.000 Jahren, also unendlich viel später, also ungefähr 380.000 Jahre nach Erfindung des Tauschhandels und damit auch des ersten Waffenhandels und solcher Dinge, ja. Also da ist die Vorstellung völlig falsch. Die nächste völlig unrealistische Vorstellung in der Schenkerbewegung ist die Vorstellung, dass Bonobos eine Ausnahmeart sein. Nein, Schimpansen sind die einzige Ausnahmeart unter den Säugetieren. Erstmal gilt das Naturgesetz, dass wir nur Säugetiere höchstens zum Vergleich mit dem Säugetier Savannen, Bonobo, Homo sapiens heranziehen dürfen, aber niemals andere Lebewesen. Wir müssen also alle anderen Arten schon mal wegstreichen. Und unter allen 6.000, ich habe gegoogelt, 6.000 Säugetierarten gibt es nicht eine, die Krieg kennt, außer Schimpansen, die so etwas Kriegsähnliches kennen, dass da eine Patrouille aus mehreren Schimpansenmännern loszieht und dann irgendwie, wenn sie auf einen einzelnen Schimpansen einer anderen Gruppe trifft, den tatsächlich manchmal totschlägt. Das erinnert am ehesten noch an so etwas wie Krieg. Aber alle anderen Tiere wie Löwen, Gorillas und so weiter, kennen überhaupt keinen Krieg. Das ist reiner Rivalenkampf. Wenn ein Silberrücken mit einem anderen Silberrücken kämpft, ist das purste Rivalenkampf. Und hat überhaupt nichts mit Kriegsgeschehen zu tun. Und genauso, wenn zwei Löwenbrüder, zwei andere Löwenbrüder umbringen oder vertreiben und dann deren Babys töten, um selber dann möglichst schnell der Vater der nächsten Kinder zu werden, diese Grausamkeiten haben nichts mit einem Krieg zu tun. Es wird kein Krieg geführt zwischen diesen Gruppierungen. Und es ist also nicht so, dass da ein echter Krieg entsteht, sondern wir haben wirklich, und bei den Bonobos sehen wir eben den reinen Pazifismus und die vielen Gleichheiten zwischen Bonobos und Menschen. Schon allein der Körperbau, der so viel pazifistischer ist, denn Schimpansen sind gewalttätige Muskelpakete und Bonobos sind super schlanke, menschenähnliche Pazifisten sozusagen, die all das bedeutet, dass wir den Schimpansen als Ausnahmeart verstehen müssen, die aufgrund seiner ungewöhnlichen Primitivität kommt. Nämlich Schimpansen können weder kooperieren, das bringen sie nicht fertig, dazu reicht ihr Gehirn nicht aus. Sie können nicht sozusagen kooperativ mit anderen Gruppen umgehen, sondern sie kennen nur das Gegeneinander. Aber genau das macht ja die besondere Primitivität des Schimpansen aus. Das zeigt sich auch daran, dass Schimpansen eben zum Beispiel nichts imitieren, was andere machen, weil sie gewöhnt sind, dass andere Schimpansen immer nur feindselig sind und deswegen man ihnen nicht vertrauen kann, während Bonobos zum Beispiel und Menschen absolut vertrauensselig sind, weil sie in dieser liebevollen Ursprungsszene von vor 400.000 Jahren und bei den Bonobos heute noch absolut vertrauen können auf die Gutheit und die Gutheit des Vorbilds der Art genossen. Also von daher sehe ich jetzt leider die Schenkerbewegung als Opfer und direkte Übernehmer der vorteilbringenden Irrtümer der Waffensparten. Ja, der Mensch ist halt von Natur aus kriegerisch. Aus naturwissenschaftlicher Sicht ist aber genau dieses Bild widerlegt. Wechsel. Ja, Wechsel zwei. Also ich denke mal, dass du da ein bisschen was falsch jetzt so eingeordnet hast, was da auch beim letzten Mal gesagt wurde. Wir haben darüber geredet, ob der Krieg nur eine Folge der Manipulation durch Waffensparten und so ist. Und ich sagte Krieg im Sinne von schädigender und vernichtender Gewaltanwendung untereinander oder auch zwischen Arten und unter Menschen auch vorher schon, also bevor es in dem Sinne Waffensparten gab. Da gibt es viele Formen von, die aus ganz unterschiedlichen Motiven gespeist sein können. Und auch die Naturwissenschaft sagt, dass es dann eben zu kriegerischen Handlungen zum Beispiel auch zwischen Schimpansen und ich glaube, es waren Gorillas auskommen kann. Ist ja jetzt egal, ob das innerhalb der Arten oder außerhalb der Arten ist. Und wenn innerhalb der Arten der Rivalenkampf eine Form annimmt, dass ein Löwe, der sich durchsetzt, dann die Nachkommen des anderen auch umbringt und sowas. Sowas würde man unter Menschen als eine Art Mafiakrieg oder ähnliches bezeichnen. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, es gibt einfach jede Menge Motive, auf jeden Fall beim Menschen. Ja, gerne gleich. Es gibt jede Menge Motive beim Menschen. Er ist in der Lage, Kriege aus Eifersucht zu führen, wie in den Legenden. Ich glaube, Troja war so ein Eifersuchtsding, das das Krieg geführt hat und Eitelkeit und tausend Bedürfnisse, die sich so verselbstständigen können, dass man da so kriegerisch oder ich sage mal schädigend und zerstörerisch gewalttätig gegen andere agiert, auch als Gruppe. Okay, dann gebe ich an dich. Wechsel 4. Ja, jetzt machst du natürlich aus naturwissenschaftlicher Sicht den Fehler, dass du alles, was Gewalt ist, mit dem Wort Krieg umlegst. Aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen Kriegen, weswegen ja die Wissenschaftler sagen, die ersten Spuren von Kriegen haben wir erst vor 15.000 Jahren. Ja, Wechsel. Also ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, wie ich es definiere und ich gehe nach dem allgemeinen Sprachgebrauch und der würde sagen zum Beispiel, also solche Menschen, mit denen ich darüber rede, dass wenn bei den Löwen es so ist, dass der Stärkere sich durchsetzt und dann die Nachkommen des anderen auch umbringt, dass das um die Machtfunktion, also kriegerische Durchsetzung gegeneinander ist. Und was jetzt Gruppen von Menschen angeht, die sich da zusammentun und zum Beispiel Krieg wird geführt, weil da die falschen Herrscherliebesbeziehungen sich abgespielt haben oder Betrügereien und ähnliches. Das sind alles Vorgänge, die sich auch lösen aus den, ich sag mal, vorher vielleicht enger geregelten Verhaltensmustern. Also der Mensch kann wirklich, und das merkt man an sich selbst genauso wie an anderen und das betrifft Einzelne ebenso wie Gruppen, der Mensch kann aus verschiedenen Motiven so also mit der Gewalt auch über die Ufer gehen und auch mit Gruppen gegen andere Gruppen so zerstörerisch oder vernichten wollend aktiv werden. Ja, gern, wechseln. Wechsel für ihr. Ja, eben diese Tendenz jetzt alles als sozusagen, es ist quasi so, als ob ihr die vorteilbringenden Irrtümer der Waffenindustrie eins zu eins übernimmt und quasi sagt, ja, die Waffenindustrie hat recht, sobald es auch nur irgendwo eine Spur an Gewalt gibt. Wenn ein eifersüchtiger Mann eine Frau, also einen Rivalen tötet, ein Eifersuchtsmord, das hat ja mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun. Wechsel, also piep, piep, piep. Nur noch Jannik und Öffi haben Konto. Öffi, wir hören dich nicht. Dein Mikro ist aus. Ja, ich hatte auch ein Nebengespräch. Ja, also ich sage mal so, der Begriff ist jedenfalls im weiteren Sinne in Verwendung, was weiß ich, wenn man sagt, der kriegt der Geschlechter und meint damit eben diese Gruppenzuschreibungen und was weiß ich alles. Also, aber ich komme mal auf den entscheidenden Punkt. Ja, gut, dann kann ich ja noch zu Ende reden. Ich komme mal auf den entscheidenden Punkt. Also, wir übernehmen bestimmt keine Manipulation durch die Waffenindustrie, wenn wir sagen, der Mensch kann auf verschiedenste Weise kriegerisch werden, aber wir machen es nicht mit und wir wirken auf ihn so ein, dass er nicht kriegerisch handelt und auch keine Waffen verwendet. Wenn wir da alles tun, was wir können, handeln wir bestimmt nicht im Sinne der Waffenindustrie. Okay, ich gebe ab. Ja, Nick, du kannst dein Conte an Öffi weitergeben, wenn dir nichts einfällt. Ja, ich würde mich der Meinung von Öffi anschließen, dass in der Schenkerbewegung jetzt keine Entwicklung gefördert wird, die auch den Waffensparten in die Hände spielen könnte, weil in der Schenkerbewegung eher es in die Richtung geht, dass man sich eher selber, selber, selber opfert und als dass man sozusagen die Gewalt und den Krieg weiter anheizen würde und dadurch wieder auch mehr Kapital beziehungsweise Geld verdient werden könnte bei den Waffensparten. Wechsel. Öffi, du hast jetzt noch Zeit, wenn Janik jetzt nichts sagen will. Ja, ich kann gerne noch was hinzufügen. Also ich glaube, dass egal wie man es nennt, aber jedenfalls es ja nicht etwas ist, was unser Friedensengagement irgendwie beeinträchtigen oder verringern würde, wenn wir sagen, das kann Manipulationen durch Waffenindustrie geben, weil die ihre Waffen verkaufen wollen, deshalb manipulieren die da vielleicht rum, dass besser Krieg geführt werden kann und es kann tausend andere Motive geben, wie solche über die Ufer gehende Gewalt, ab wann man sie Krieg nennt, sei dann dahingestellt, zustande kommen kann und wir wenden uns gegen jede dieser Formen von Gewalt. Wir trauen dem Menschen zu, obwohl wir mit allem anderen auch rechnen, aber wir trauen dem Menschen zu, dass er durch Vernunft und durch so eine ganzheitliche Ethik, so eine globale Verantwortlichkeit, dass es so weit wie möglich kommen könnte, dass man eine Kultur schafft, wo Argumente statt vollsten praktiziert werden. Und da tun wir alles, was wir können, dass aus welchen Motiven auch immer, also dass uns kein Motiv auch durch die Lappen geht oder wir sagen ja, hier ist jetzt ein anderes Motiv als die Waffensparten, dann übersehen wir das oder so. Wir übersehen nichts, wir sehen tausend mögliche Motive, einschließlich Manipulationen durch die Waffensparten. Wir beantworten alles damit, dass wir versuchen, eine gegenteilige Kultur aufzubauen, die Argumente statt vollste Kultur oder wie die Frau Rita Süßmuth das sagte, statt der Durchsetzung des äußerlich Stärkeren, die immer wieder überwiegt, dass endlich eine problemlösende Form des Miteinanderredens stattdessen gefunden und eingeführt werden kann. Da tun wir, was wir können und insofern sehe ich nicht, dass wir da irgendwie förderlich wirken würden für Gewalt, Krieg oder die Profite, die irgendwelche Leute daraus schlagen würden. Ja, das sei nochmal ein bisschen breiter damit dargelegt und mehr habe ich an der Stelle nichts, aber wenn ich noch Zeit habe, kann ich sagen, also ich fange ja in meinem ersten Beitrag normalerweise auch damit an, dass ich ein bisschen den Stand meiner Dinge so beschreibe. Also hier, unsere Familie hat eine anstrengende zwei Tage jetzt hinter uns, also wir sind da zu einem Fernsehdreh, einer Aufzeichnung und bin ich gespannt, ob das am Ende gesendet wird. Also Näheres will ich da gar nicht drüber sagen jetzt, weil bis die selber anfangen, auch Werbung da mitzumachen, soll man sich da zurückhalten, da schon irgendwie was rumzureden. Aber es wäre schon ein Hammer. Also natürlich habe ich wieder so geredet, dass eigentlich auch durch keine, schon gehört? Dankeschön. Also ich kann nicht ersehen, dass auch durchs Rausschneiden oder so es irgendwie möglich wäre, zumindest bei meinen Beiträgen, die wesentlichen Inhalte dann auch nicht zu bringen, dass die nicht raushörbar wären. Okay, ja, das mal dazu. Insofern können wir auch gucken, wir können heute vielleicht, je nachdem wie viel wir haben, durchaus auch ein bisschen früher Schluss machen, weil wir haben noch nicht mal alles ausgeladen und die anderen wollen sich da zurückziehen und mehr Ruhe als sonst hier in der Bude haben. Also von daher können wir gucken. Aber Jan, wisst ihr, mein Stand der Dinge. Und ich bin mit dem Herzen dabei in Berlin und anderswo mit Mediation und sonst wie. Ende. Ja. So, jetzt rücke ich überall auf 9. Ja, jetzt sehen wir wieder, dass alle Konten wieder voll sind. Ja, Wechsel 4. Ja, was die Schenkerbewegung aber aus meiner Sicht nicht sieht, dass sie die gleichen, das gleiche negative, unrealistisch negative Menschenbild vom gewalttätigen Menschen transportiert wie die Waffensparten. Und da kann ich natürlich nur vermuten, dass es daran geht, weil sie eine große Sympathie hat zur gewaltfreien Kommunikation und all diesen Dingen. Und aus meiner Sicht dann also diese völlig unbrauchbaren Irrtumskonzepte sieht und eben nicht sehen kann, dass der Krieg erst allmählich nach der Erfindung des Tauschhandels und den ersten Händlern mit Steinexten sozusagen überhaupt als Gedanke in den Gehirnen aufgetaucht ist. Beispiel, wenn Bonobos jetzt sprechen könnten und ich Ihnen erzähle, dass angeblich eine Gruppe die andere nachts totgeschlagen hat und so weiter, dann löse ich überhaupt in den Bonobos erstmals das Gedankensystem aus, es könnte sinnvoll sein, aus Schutzgründen Waffen zu kaufen und dann auch den Gedanken aus, dass es sinnvoll sein könnte, einen Präventivkrieg zu führen, um nicht das Opfer solcher Überfälle zu werden. Wechsel. Ja, Wechsel 2. Also ich verstehe nicht ganz den Gegensatz, den du da siehst, weil wir reden ja öfters über die Fragen, was kann man tun, um jetzt Gewalt und Krieg möglichst zu minimieren. Und da sagen wir ja von Schenkerbewegung, wir fangen bei uns mit einer sehr radikal gewaltfreien pazifistischen Einstellung an. Wir versuchen die auch zu verbreiten. Und dann kam ja oft der Vorwurf, ja, also wenn ihr das so macht, dann passiert uns dasselbe wie jetzt der Ukraine oder den nordamerikanischen Indianern. Die anderen sind nicht so gewaltfrei. Die werden, wenn einseitig abgerüstet wird oder man jetzt auf Pazifismus schaltet, dann werden sie kommen und das Land überfallen, unterwerfen und so weiter. Also man beendet nicht den Krieg, sondern man setzt die Kriegerischen noch in größere Macht und die Waffenindustrie freut sich auch. Wechsel. Also im Grunde genommen sind das ja unterschiedliche Vorwürfe. Also auf der einen Seite würden wir dem Pazifismus zu viel zutrauen, dadurch der Waffenindustrie Vorteile liefern. Und auf der anderen Seite würden wir den Menschen als zu gewalttätig oder kriegerisch darstellen, als er wäre und würden damit so negativ wirken. Wir halten ihn für möglicherweise gewalttätig. Wir bauen auf die Vernunft und Gewaltfreiheit so weit wie es geht. Und wir sind auch bereit für kombinierte Konzepte, Sicherheitskonzepte. Ende. Wechsel vier. Na, was wollte ich jetzt sagen? Die 30 Sekunden sind manchmal lange so, dass ich den Gefahrten verloren habe. Ich wechsle, sage ich einfach. Ich muss erst wieder auf den Gedanken kommen. Okay, dann setze ich mal fort. Also ich sehe, dass wir da sehr stark, gerade bei der Vorstellung kombinierter Sicherheitskonzepte, eher gemeinsam überlegen können, was ist die beste Strategie, um weder mit zu viel Pazifismus noch mit zu viel Gewaltfestschreibung eine Art Mittelweg zu finden, wie man gemeinsam möglichst effektiv Gewalt und Krieg verringern kann und dadurch natürlich auch die Vorteile der Waffenindustrie vermindern kann. Wechsel. Wechsel vier. Jetzt kann ich mich noch daran erinnern, denke ich. Ja, der entscheidende Punkt ist, dass durch solche Übernahme des negativen Menschenbildes der Waffengesparten die Schenkerbewegung sozusagen wieder einen Weg findet, die einzige Möglichkeit der Abschaffung des Krieges zu verstehen, nämlich, dass wenn es für Waffenverkäufe und daraus folgende Tote kein Geld mehr gibt, dass dann auch die Waffenindustrie sich transformieren würde in einer Friedensförderungsindustrie, genauso wie sich die Gesundheitssparten transformieren von krankheitsfördernden Industrien zu gesundheitsfördernden präventivmedizinischen Krankheitsverhinderungsindustrien und dass das halt der Weg ist und dass man natürlich in einer Kommune auch das erst einmal auch ohne sowas hinbekäme, aber da ist dann wieder der nächste Punkt, nämlich, dass die Schokoladenindustrie ja auch in den Gehirnen der Schenkerbewegung die ihre Spuren hinterlassen hat, die ja sagt, nein, also ihre Sexualität ist voll und wir müssen ja akzeptieren, dass selbstverständlich ein buddhistischer Mönch, der völlig sexfrei leben will und natürlich akzeptiert man das ja auch für eine Kommune, aber eigentlich ist es so, wenn ich zurück zur Natur des Menschen will, dann muss ich mich doch auch fragen, ist denn der buddhistische Mensch nicht ein manipulierter Mensch, der seine natürliche Situation nicht mehr leben kann. Wechsel. Ja, also Wechsel 2. Man kann ja viele Theorien haben, aber im Endeffekt geht es ja für niemanden daran vorbei, dass man den Menschen die Freiheit und eben das Zutrauen, insofern wir legen keinen Menschen da auf irgendein Bild eindeutig fest, im Gegenteil. Also wir behandeln die Menschen mit größtmöglicher Toleranz auch für die unterschiedlichsten Selbstbilder. Das Einzige, was wir in Schenker gerne machen, ist zu sagen, wir hätten gern einen Ergebnischeck. Also wenn da zum Beispiel der Buddhist sagt, er kann eben auch mit dieser Vergeistigung gut zurechtkommen und er muss dann nicht aus, ich sag mal, frustrierten, unterdrückten Motiven am Ende doch umschlagen in einen, was weiß ich, jetzt wieder gewalttätigen Menschen, der wieder Waffen braucht und kauft und so. Also wenn er dadurch auf Dauer es schafft, in dieser Vergeistigung total friedlich zu sein und am besten auch gar nichts mehr groß einzukaufen. Also die meisten buddhistischen Mönche streben ja und praktizieren zum guten Teil auch dann extreme Einfachheit des Lebens. Dann sagen wir nicht, das ist jetzt wissenschaftlich nicht so passend oder passt nicht zur GWU oder so. Eine andere Sichtweise wäre jetzt besser oder ist die einzig denkbare überhaupt, sondern wir sagen ja, okay, dann lebt dein Selbstbild aus, wenn es friedlich ist und wenn es kaum was konsumiert, natürlich lassen wir dich und sagen nicht, das geht jetzt nicht oder es fehlt nicht. Ja und genauso ist das mit allem anderen und wir sagen, wir entwickeln sofort Konzepte, die auch für alle Situationen, also wenn zwischen Kommunen zum Beispiel Grangeleien sind und die können wirklich wegen Eifersuchtsgeschichten und Eitelkeiten auch ausbrechen, da bin ich ganz sicher und das würde bestimmt auch ein historischer Blick ziemlich eindeutig belegen können. Aber das erlebt man auch in der einzelnen Kommune. Dann sagen wir, wir überlegen jetzt, wie man so gut wie möglich da Friedensstrategien entwickeln kann. Das können wir auch gemeinsam tun. Ende. Ja. Immer versuchen vor den 30 Sekunden schon abzuschließen, dann hat man nicht das Problem, dass man dann vom Ende überrascht wird. Also, Wechsel 4. Ja, ich versuche nochmal ein paar Fakten reinzubringen, aus naturwissenschaftlicher Sicht. Bei Sex ist das ganze Internet voll von Porno und Sex und so weiter, trotz unendlich Großes gegen Tabus, gegen Sexualität in fast allen Formen. Das heißt, da setzt sich ein Naturtrieb der Menschheit durch. Wenn jetzt aber der Aldi-Milliardenerbe und seine Ehefrau Glücksorgasmen bei Gutes tun erleben würden, dann gibt es dagegen keine moralischen Gegentabus und trotzdem findet es nicht statt. Das heißt also, für uns Naturwissenschaftler, wenn es ein Naturglücksquelle wäre, wie die Sex, wie der Sex, dann müssten es doch auch die, 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 die Aldi-Frau und Aldi-Milliardenerbe praktizieren, obwohl dann sie ihren Kindern sagen müssten, ja Leute, unser Erbe haben wir aufgebraucht für das Gute tun. Ihr müsst leider mit null Euro in die Zukunft starten als unsere Kinder. Wechsel und ich glaube, dass das würde keine Frau akzeptieren. Wechsel? Ja, Wechsel, Wechsel von Yannick. Wechsel drei, wechsel drei. Immer die Zahl merken. Stellen wir uns mal vor, wir wären idealerweise mal 20 Leute. Das ist für mich... Vielleicht nur als Bemerkung noch. Ich habe die Uhr gestoppt. Ich habe noch mal acht weitere Uhren bestellt. Okay. So, jetzt kannst du loslegen. Die, aus der Tatsache, dass das Internet jetzt voll von Sex und Pornografie ist, gleich Schluss zu folgern, dass das die, dass das widerspiegelt, dass das die Natur des Menschen ist, also aufgrund des hohen Konsumbedarfs, ist für mich keine logische Schlussfolgerung. Also wenn das Internet jetzt voll von, auch von Computerspielen und irgendwelchen lustigen Videoclips auf TikTok ist, dann ist das ja auch, dann kann ich da ja auch nicht drauf schlussfolgern, dass das dann die Natur des Menschen ist. Also nur weil das Internet es da bietet, ist da für mich jetzt keine logische Schlussfolgerung, dass das dann deswegen automatisch der natürlichen Ordnung entspreche. Wechsel. Wechsel 4. Ja, logisch wird das erst, wenn ich berücksichtige, dass es bei dem einen vorteilbringende Irrtümer viele Spaten gibt, die die Sexualität unterdrücken. Und bei den Glücksorgasmen, achso, das war nur deine Nachbrennerzeit, ja, bei den Glücksorgasmen für Gutes tun, es eben keine Gegentabus gibt. Und dann erst wird das logisch. Wechsel. Ja, da müsste ich jetzt, äh, Wechsel 3, ähm, da müsste ich jetzt mal noch grad drüber nachdenken, ich hab da jetzt grad keinen Gedanken zu. Wechsel. Ähm, hab ich noch, äh, noch jetzt im Moment Zeit? Nee, du kannst jetzt aber die Jannings Zeit übernehmen, der, wenn er jetzt ja Wechsel gesagt hat, äh, äh, kannst du ja jetzt seine Zeit übernehmen? Der Beweis, dass, äh, das Gutes tun oder das, äh, vernünftige Denken für die Vernunftseele des Menschen das höchste Glück sein kann, liegt praktisch vor in den Menschen, die so leben, einerseits. Das halte ich für den unmittelbarsten Beweis. Und vor allem, es ist ja auf jeden Fall nichts, wo man dagegen sein müsste oder irgendwie was abwürgen müsste, weil man sagt, das geht jetzt nicht, das darf jetzt nicht sein. Wechsel wurden. Also Leute wie Janik und ich beweisen durch ihre Existenz und dass sie dieses Motiv, Gutes tun und Vernunftseele ausleben, über alles andere stellen, dass diesem Motiv Menschen möglich ist. Und die anderen, auch die Millionäre, beweisen es ein Stück weit, in dem es zumindest ein überall hochgehaltenes Ideal ist, was sie alle kennen und wovon sie alle sagen, ja, das ist natürlich ganz besonders toll oder heilig oder heldenhaft oder wie auch immer. Wechsel. Wechsel vier. Also wechsel vier. Wechsel, ich gebe nochmal zurück. Die 30 Sekunden sind oft so lang, dass ich den Faden verliere. Vielleicht sollten wir auf 20 Sekunden Nachbrenner gehen irgendwann. Ich verliere immer den Faden. Ich gebe nochmal zurück. Wechsel. Wechsel zwei. Ja, aber da kann ja auch dann vielleicht die Methode mit dem Notiz machen, falls es jetzt wirklich innerhalb der 30 Sekunden schon weg geht. Also vor allem habe ich ja den Gedanken, denselben Gedanken nur weitergeführt. Und also ich gestehe ja zu, dass vieler Heuchelei dabei sein kann, wenn die Menschheitsgeschichte und die großen philosophischen und religiösen Traditionen solchen Heroismus beschreiben, dass wenn ein Mensch einfach hingeht und tut das, was im Ganzen sinnvoll und verantwortlich ist, dass er ein Seelenglück dabei hat, was alles andere aufwiegt oder überwiegt. Es kann sein, dass da ganz viel Heuchelei dabei ist, aber dass das ein tiefsitzender Menschheitstraum ist. Wechsel Wunsch. Das lässt sich wahrscheinlich schwer bestreiten. Wechsel. Wechsel vier. Ja, jetzt habe ich den Gedanken wieder. Es ist kein Beweis, wenn zehn Menschen von acht Milliarden Menschen etwas können. Das kann darauf dran liegen, dass es sich um eine genetische Mutation handelt, einiger weniger Menschen. Es kann aber auch daran liegen, dass sozusagen, ja, ein sehr religiöses Denken zu solcher einer Einstellung führen kann und so weiter. Und Wechsel Wunsch. Wechsel. Wechsel? Wechsel zwei, genau. Wechsel zwei. Doch, es ist nach der klassischen wissenschaftstheoretischen Vorstellung der Falsifikation ein Beweis. Also nämlich, dass genauso wie wenn man sagt, alle Gänsen oder Enten oder was auch immer oder Schwäne sind weiß und dann ist ein Schwarzer da, wird die Theorie dadurch falsifiziert. Das heißt, wenn wir sagen, ja, wenn wir sagen, der Mensch ist nicht fähig, diesen höheren Flash durch seine Seelenstärke, seine Vernunft, Seelenerfüllung und Gesamtverantwortlichkeit zu empfinden und Menschen empfinden es so, ist es der unmittelbare Falsifikationsbeweis. Wechsel. Wechsel vier. Es, äh, zum Beispiel, das war jetzt ein völlig falsches Beispiel, und zwar, alle Schwäne sind weiß. Diese These kann ich widerlegen durch einen einzigen schwarzen Schwan. Äh, Nachbrenner. Aber alle Moment Alle Menschen sind fähig zu Äh, äh, alle Menschen sind fähig zu dieser geistigen Haltung. Wechselwunsch, das ist nicht die Behauptung. Und auch nicht das, worum es ging. Ähm, darf ich wechseln oder willst du noch nachbrennen? Äh, ja, ich sag gerade mal ein paar Sekunden noch zu Ende. Äh, so. Ja, also, da letztendlich, äh, 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 ja, so, ja, Wechsel zwei, ja. Wechsel zwei. Also die Behauptung, um die es geht, also die wir jetzt unter dem Besitzpunkt der Falsifizierung betrachten, war nicht, alle Menschen sind dazu fähig. Behaupten wir gar nicht. Wir sagen ja auch nur, dass wir so weit wie möglich versuchen, diese Fähigkeit anzusprechen und soweit Menschen da sind oder soweit welche können, nutzen wir das aus. Deine These war ja, dass, wenn man auch schaut, die Millionäre, also, das war der Kunde. Und diese, diese These kann man natürlich sagen, also, ob der Mensch dazu fähig ist, dass er für diese höchsten Motive das andere auch Sexualität unterordnet, äh, da kann man sagen, äh, ja, diese Menschen gibt es. Also die grundsätzliche Möglichkeit, äh, äh, der, der Schwäne Mensch auch schwarz zu haben, die ist gegeben, sozusagen. Wechsel. Achso, ich muss ja weiterlaufen. So, jetzt haben alle wieder volles Konto. Okay. Denn du warst jetzt gerade auch schon im Nachbrenner. Okay. Ich muss nur das gerade hier noch runterlaufen lassen. So, dann sind wir in der nächsten Runde. Ich kann sogar auch anfangen, Wechsel 2. Ja. Mit was Konstruktivem. Weil, Dylan, du weißt, ich schätze deine und des Weltrates, äh, Mitwirkung beim Entwickeln geistiger Konzepte, jetzt auch zum Beispiel im Sicherheitsbereich, schätze ich ungeheuer hoch. Und ich glaube, wir haben ja diesbezüglich einen riesigen Bedarf. Also ich nenne nur eben zwei Aspekte, wo ich mir schon meine Gedanken gemacht habe, aber wo ich dringend eben auch andere Menschen und auch Gremien dann bräuchte. Oder ich habe ja der Rita Süßmutz gesagt, schicken Sie uns endlich Wissenschaftler, um Konzepte weiterzudenken. Also zum Beispiel habe ich ein ziemlich differenziertes Konzept, was das Zusammenwirken solcher Pazifisten, also wir uns der existenziellen Schenker. Und ich nenne sie jetzt mal in Schenkerbewegungssprache, Schenkerverbündeten im Hintergrund, die auch noch teilweise Gewalt anwenden würden, wie man das sinnvoll kombinieren kann. Indem man zum Beispiel, wenn da jetzt wirklich Feinde gewalttätig ankommen und wollen das Land erobern oder das Dorf, den Stamm, dann schickt man ihnen erst die radikalen Pazifisten entgegen, die mit ausgebreiteten Armen auf sie zugehen, bereit sind, sich zur Not abschlachten zu lassen. Aber die machen der anderen Seite das Angebot, lasst uns einander wie Menschen betrachten, die es auch mit Argumente statt Fäuste jetzt irgendwie lösen können. Und wenn sie dann geschlachtet werden, haben die, die dahinter stehen, aber eine größere Eindeutigkeit auch ihrer Legitimation für Gewaltanwendung und wahrscheinlich auch mehr Rückhalt zu erwarten von anderen friedensbejahenden Menschen, sodass sie dann auch vielleicht effektiver sich wehren können. Gut, das ist das eine. Das andere, wie Demokratie ohne Gruppenegoismus funktionieren kann, beschreibe ich beim nächsten Mal. Wechsel. Wechsel 4. Wechsel 4, ja. Ja, also für mich ja sehr unrealistisch, weil zum Beispiel beim Ukraine-Konflikt. Die Russen werden ja infiltriert mit der Sichtweise, die Ukrainer seien irgendwelche Kakerlaken, irgendwelche Insektenschädlinge, irgendwelche Lumpen und so weiter. Und von daher empfinden sie ja die Gegenseite gar nicht als Menschen sozusagen, sondern als Schädlinge, die beseitigt werden müssen. Das läuft ja bei jedem Krieg so. Und dann, wenn ihr jetzt dort wäret, in der Ukraine leben würdet, dann hättet ihr mit vielleicht mit 10, 20, 30 Pazifisten, müsstet ihr ja hinlaufen oder hinfahren dort, wo die Raketen gestartet werden, vielleicht 200 Kilometer im russischen Land drin und so weiter. Dann müsstet ihr dort auf die zulaufen und müsstet sagen, hier, wir wehren uns nicht und so weiter. Bis dahin hat euch dann längst ein Maschinengewehrsalbe abradiert als irgendwelche bösen Dinge. Ja, Wechsel 2. Also, Dylan, in dem Falle würde sogar die Schenkerlogik schon vorher greifen. Also natürlich, man kann immer überrollt werden und hat vielleicht keine Chance, weil alle Versuche, was mit friedlicheren Mitteln lösbar zu machen, zu sehr im Sande verlaufen. Also ich sage keine Patentrezepte, womit ich sagen könnte, zack, und das löst jetzt die Probleme und beendet alle Kriege. Wenn ja, hätte ich es längst getan. Aber man kann sich Gedanken machen, was wäre denn der Vorschlag von Schenkerbewegung dann? Der wäre nicht nur in so einer Situation, wie ich sie beschrieb, und das wäre, wenn man Schenkerstämme hätte und die werden bedroht, also ein etwas anderer Fall jetzt als es laufen 30 Leute in die Ukraine. Aber jedenfalls würde Schenkerbewegung ja vorher erst mal sagen, also dasselbe wie die Rita Süßmuth gesagt hat, liebe Leute, immer wieder schlägt die Gewalt und der Krieg und die äußere Durchsetzung viel zu sehr durch. Und wir alle Politikergenerationen haben nicht geschafft, eine problemlösende Form des Miteinanderredens zu entwickeln. Da geht ja Schenkerbewegung hin und sagt, wir haben so eine Plattform, wo man wirklich mit Argumente statt Fäusten so weit wie möglich gehen will. Haben wir nicht in unserem eigenen Staat, haben wir nicht in der Staatengemeinschaft. Putin wurde nicht vor Kriegsausbruch eine Gelegenheit geboten, mit unseren Mitteln wie freies Argumenteforum mal zu prüfen, ob die NATO versprechensbrecherisch da sich an seine Grenzen so immer weiter ausgedehnt hat und solche Dinge. Da war ja alles nur ohne funktionierende Kommunikationslösung. Wechsel? Achso. Wechsel 4. Ja, genau das ist, weil Rita Süßmuths Überlegung kann nicht funktionieren. Deswegen gelingt es auch nie, weil das so nicht geht. Die kapitalistischen Kriegsindustrien, auch wenn wir jetzt hunderte von Kommunen in Deutschland hätten, die dann ja vielleicht gewaltfrei tatsächlich funktionieren würden, auch ohne Gruppen eher als Standardmodell, sondern auch mit allen. Und ich glaube schon, dass ihr das auch diese Kommunen durchaus friedlich hinkriegen würde, wenn auch dort sexuell unbefriedigte Menschen dabei sind. Das glaube ich schon, dass ihr das hinkriegt. Aber schon diese hunderten Kommunen würden nichts bewirken, überhaupt nichts bewirken, wenn außenrum Staaten sind, die die Deutschen als Untermenschen, als Kakerlaken, Insekten und als Vieh betrachten, dass man abschlachtet sozusagen als Teufel. Ja, ich mache nur noch kurz rund. Das heißt also, dass letztendlich diese wir dann als Staat Deutschland und alle Millionen Mitbürger genauso abgeschlachtet würden wie eure hundert Kommunen zum Beispiel jetzt oder unsere hundert Kommunen. Wechsel. Wechsel zwei. Wie gesagt, ich spreche nicht ab, dass das passieren kann. Ich sage nicht, ist das Patentrezept. Aber ich kann es nochmal veranschaulichen, was ich meine. Stellen wir uns vor, wir hätten diese hundert pazifistischen Kommunen und die sehen, dass da zwischen Russland und der Ukraine sich so ein Krieg anbahnt. Und diese hundert Kommunen, was ich ja mit dem Kanzleramtsturm und dem Zeltkinter in Berlin jetzt auch versuche, dass ich der Regierung sage, Leute, lasst uns eine demokratische Austausch- und Meinungsplattform mal schaffen mit Argumente statt vollste Logik. Stellen wir uns vor, die hundert Kommunen wenden sich an die UNO und sagen, bitte schaltet doch jetzt mal wirklich solche gewaltfreien Meinungsfreiheits- und Konfliktlösungsmethoden ein, wie wir sie in unserem FRAG-Forum haben. Sodass Russland vorher sagen kann, hier wird jetzt versprechensbrecherisch die NATO-Grenze immer mehr an unsere Grenze ausgedehnt. Wir möchten, dass das ergebnisorientiert behandelt werden kann. Hätten wir den Erfolg, wäre es wirklich friedensbörderlich. Ja. Wechsel. Wechsel vier. Ich will jetzt nochmal ein paar Gedanken reinbringen, damit ich das, was ich mir notiert habe, anlässlich der letzten Sendung nochmal reingebracht habe. Erstens. Die Übernahme der Waffensparten vorteilbringenden Irrtümer, sozusagen der Waffensparten, zeigt sich daran, dass es natürlich ein Fehler war zu denken, der Mensch sei die Krone der Schöpfung. Das war natürlich ein Riesenirrtum. Aber dass es innerhalb von Arten tatsächliche Weiterentwicklung gibt. Das ist eben eine Tatsache. Das heißt, eine Weiterentwicklung können wir dann absehen, wenn bei Löwen eigene Gene getötet werden. Die Löwenmänner töten die anderen Löwenmänner schlimmstenfalls und töten damit eigene Gene. Und die Löwenmänner töten mit den Babys auch unheimlich viele eigene Gene. Und bei den Bonobos tötet eben niemand mehr eigene Gene. Also ist das eine innerartliche Höherentwicklung. Das heißt, der Wettbewerb zwischen den Bonobos geschieht nicht gewalttätig mit Tötung eigener Gene, sondern der Wettbewerb ist ausschließlich darauf gestellt, wer schenkt den Frauen und Kindern mehr oder weniger. Und die Frauen reagieren darauf mit unterschiedlicher Verteilung der Zugangschancen zu ihren Eizellenwechsel. Janik, du hast noch Zeit, kannst aber problemlos an Öffi weitergeben deine Zeit. Ja, das würde ich gerne weitergeben, Mann, Öffi. Ja. Okay, dann danke ich dir. Also ich glaube, zu dem anderen habe ich jetzt genug gesagt, also dass die Schenker nicht sagen, alle Menschen können jetzt die Heiligen sein. Ich meine, wir hätten nichts dagegen, wenn es so wäre. Sondern wir Schenker sagen, es gibt die Möglichkeit bei Menschen auch durch solche Einsicht in die eigene Vernunftsseele und die gesamtverantwortlichen Moralen, das Glück dadurch, ein solches Leben führen zu können. Übrigens auch nicht, indem wir jetzt sagen, die sollen dann alle nur so vergeistigt sein wie die Buddhisten. Wir würden welche sagen, sie schaffen das am besten so als vergeistigte Buddhisten. Wir würden sagen, macht es so. Wir sind aber auch ganz aufgeschlossen dafür, dass das die Bonobos annehmen würde. Wäre also gar kein Problem. Da sind wir gar nicht irgendwie nur auf einer Schiene. Und wir sind dann der Ansicht eben, dass es solche Friedenskonzepte bräuchte und das würden solche Schenker-Kommunen in alle Richtungen versuchen, wie eben zu sagen, so wie unter uns Kommunen wir so eine Argumente statt vollste Kultur wollen, so wollen wir ein solches FRAC-Forum vom Staat aus. Wir wollen ein solches FRAC-Forum bei der UNO, dass die Russen nicht erst Krieg führen müssen, bevor ihr Vorwurf, dass da die NATO sich gefährlich oder bedrohlich ausweitet, problemlösend behandelt werden könnte und so weiter. Ich gebe dann jetzt erst mal ab. Den anderen Punkt, wenn ich die Zeit von Janik noch habe, ist, wie kann Demokratie vor der Gruppen-Mega-Ognus-Gefahr geschützt werden? Wechsel 4. Ich will noch den letzten Punkt reinbringen, der mir besonders aufgefallen war nach der Anhörung der Sendung, der letzten Sendung. Ja, also, ich halte es halt für absolut unwahrscheinlich, dass der Aldi-Millionenerbe, Milliardenenerbe, seine Frau davon überzeugen kann, dass es beide glückselig macht, wenn sie beide ihr gemeinsames Vermögen sozusagen so weggeben, dass wenn sie dann sterben, nichts mehr übrig ist und ihre Kinder und Enkelkinder leer ausgehen, völlig leer ausgehen. Naturwissenschaftlich ist es so, dass nur dann, wenn Aldi und seine Frau sozusagen dafür sorgen, dass ihre Kinder eine unheimlich große finanzielle Starthilfe in ihr zukünftiges Unternehmerleben bekommen und so weiter, dass nur dann diese Familie weiterhin gute Chancen hat auf weitere Generationen in der Zukunft, sodass also die einzige Garantie, dass sie überleben können, ihre Gene überleben können, darin besteht, möglichst viel den Kindern zu vererben. Wechsel. Ja, Wechsel zweiter oder halt Zeit von Yannick. Aber es gibt wiederum, ich bestreite gar nicht, dass in vielen Fällen das so sein wird, wie du beschreibst, aber es gibt die anderen Fälle. Also Buddha hat seinen Fürstenthron aufgegeben, Franziskus hat den Reichtum seines Vaters aufgegeben, beide hatten überhaupt gar nicht mehr die Absicht, dann für irgendwie Erbschaft an Nachkommen ihre Lebenskonzept zu gestalten. Wechselwunsch. Das heißt wiederum, es gibt einfach diese Möglichkeit, soweit es sie gibt, ist es bestimmt nicht verkehrt, sie zu nutzen. Wechsel. Wechsel vier. Ja, immer wieder das mit dem schwarzen Schwan. Diese These kann man mit einem schwarzen Schwan widerlegen. Aber die Behauptung, alle Menschen seien fähig, behaupten wir nicht, genau. Was, jetzt Augenblick, ich muss gucken, hier piepst noch was. Alle, die Behauptung, alle Menschen seien fähig zu dieser Ausnahmestellung eines Buddhas und so weiter, die kann man eben nicht dadurch beweisen, dass es einen Gandhi gibt, einen Buddha gibt, einen Öffi gibt, sondern man müsste schon ein paar Millionen unter acht Milliarden Menschen vorzeigen können, die genau so sind. Wechsel. Volle Zustimmung. Wir schöpfen nur aus, was möglich ist. Also wo die Menschen, die das Potenzial haben, sagen wir, es ist ja ein gutes Potenzial. Es kann bei den anderen, die es noch nicht schaffen, zumindest auch vielleicht motivfördernd wirken, motivationsfördernd wirken. Aber wir rechnen auch mit dem anderen. Und du weißt ja, also ich bin immer der Ansicht dann auch sehr lebensrealistisch, gemeinsam Konzepte zu machen, auch für die, die jetzt nicht aus Einsicht und Vernunft, Seele und höchster Moral zur Gesamtverantwortlichkeit sich entscheiden wollen. Ich sage noch mal eins, was mir durch den Kopf ging immer die ganze Zeit, bezüglich Demokratie. Wie kann Demokratie davor geschützt werden, gruppenegoistisch zu werden? Also auch da, Einladung an dich, auch an den Weltrat, diese Dinge zu überlegen, weil wir werden solche Konzepte brauchen, gerade auch für die Übergangsschritte. Denn es gibt ja die Vorstellung, also auch zum Beispiel von Erdogan in der Türkei, wenn die Mehrheit der Türken jetzt muslimisch ist und anders als früher den Islam wieder zur Grundlage macht, vielleicht wählt das ja wirklich eine Mehrheit in der Türkei und das ist doch dann voll demokratisch. Genauso wie ich hier in Deutschland sage, wenn die Mehrheit der Bevölkerung da 99% vielleicht irgendeine Konsumversprechung der Politiker aufgreift. Okay, ich mache nur ein bisschen weiter. Den Abschluss muss ich dann in meinem nächsten Rundenbeitrag machen. Vielleicht geht das ja in der nächsten Runde direkt. Also dann ist es so, dass das Gruppenegoismus ist auf Kosten der anderen Völker, die eben gar nicht mit reinkommen. Es ist ein einheitliches Volk in Anführungszeichen oder eine Konsumentengruppe, sagen wir besser. Die anderen sind nicht mit dabei und dann kann so eine Gruppe durchaus mit Mehrheitsentscheidung etwas machen, was gruppenschädigend für die anderen ist. Ich sehe nur zwei Möglichkeiten, wie das eben auch in den Übergangsphasen schrittweise vielleicht schon klein gehalten oder entschärft werden könnte. Die erkläre ich dann, wenn die Zeitung da ist. Wechsel 4. Ja, aber das ist die Krux der Demokratie, das Erdogan-Beispiel. Darunter leiden wir ja auch überall, dass solange bestimmte Sparten die Gehirne der Wählenden vollmachen mit Vorteil bringenden Irrtümern, werden sie grundsätzlich falsche Wahlentscheidungen treffen und Politiker wählen, die genauso voll sind von Vorteil bringenden Irrtümern, wie sie selber ändern. So, jetzt haben alle wieder neues Konto. Alle, die nächste Runde kann beginnen. Wenn es passt, kann ich gerne loslegen. Ja, einfach Wechsel 2 sagen. Wechsel 2. Ich sage diese zwei Möglichkeiten, die ich sehe. Die eine ist eben die idealistische, wie wir das von Schenker bewegen natürlich immer am liebsten haben und am meisten auch versuchen. Eine Gruppe, wie jetzt ob die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, wo 99% jetzt überlegen, ist das nicht ein tolles, verlockendes Konsumversprechen, was uns die betreffende Partei da macht. Oder jetzt in der Türkei, wenn da über die Hälfte Muslime sind, könnten die nicht demokratisch dann eine Entscheidung treffen, eine Herrschaftsentscheidung, die den anderen vielleicht das Wahlrecht sogar nimmt oder ist jedenfalls nicht mehr als gleichwertig betrachtet und so weiter. Das kann nur entweder durch die Einsicht geschehen, das Mitdenken der anderen als gleichberechtigt, also was wir ja auch von den Kindern der Zukunft uns wünschen, oder dadurch, dass man eine nicht homogene Gruppe gleich hat, also eine so heterogene Bevölkerung oder Abstimmungsgruppe, dass alle Gruppen gleich mit am Tisch sitzen. Ich sage jetzt Wechsel und später gebe ich ein Beispiel dafür. Wechsel 4 Ja, es kann sogar in der Türkei so weit führen, dass wenn dort, sagen wir mal, 100 Schenkerkommunen entständen, dass dann die demokratische Mehrheit sagt, diese Kommunen werden verboten und die Leute werden als Volksschädlinge ins Gefängnis gesteckt, wenn sie sich nicht daran halten, weil sie ja nicht irgendwelchen islamischen Vorstellungen entsprechen. Wechsel? Ja, genau. Genauso wie die Bundesrepublik Deutschland Entscheidungen treffen kann, macht sie auch ständig, die jetzt in der dritten Welt die entsprechenden Schäden auslösen und so wie in allen Staaten heute Entscheidungen getroffen werden können, die die Kinder der Zukunft schädigen. Ich beschreibe mal dann ein positives Modell. Wechsel wurden. Das Schönste wäre natürlich, die, die abstimmen, berücksichtigen die Kinder der Zukunft und alle Gruppen, die nicht mit am Tisch sitzen, voll mit. Das ist der fundierte Konsens oder die Konsens, Menschheitskonsensdemokratie, die wir uns in Schenkerkommunen als Optimum vorstellen. Aber die andere Variante wäre nur, dass sie so heterogen zusammensitzen, wie zum Beispiel im kurden Experiment Rojava. Erkläre ich gleich danach näher. Wechsel erstmal. Ja, also das, da kommt eben der Punkt. Die GWÖ-GWO-Kombi, Gemeinwohlökonomie-Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination mit ihrem Herzstück einer möglichen Wohlfühlstimme, führt automatisch in einer Demokratie zum Verschwinden aller manipulativen Vorteil bringenden Irrtümer, egal welcher Spaten, weil nämlich alle, die Irrtümer verbreiten, alle Spaten, die selber Irrtümer glauben und befolgen, finanziell brutal abgestraft werden für ihre Irrtümer. Und deswegen werden innerhalb kürzester Zeit, besonders mit der Informationshilfe des Weltrates, alle Vorteil bringenden Irrtümer verschwinden. Die Waffensparten werden uns zum Beispiel fragen, ja, wie können sie denn sozusagen dafür sorgen, dass Frieden entsteht, weil wir kriegen ja nur noch für Friedengeld. Friedengeld, dann würden wir ihnen sagen, ja, entsenden sie doch Friedensarbeiter in alle Welt mit ihren Milliardengeldern, bauen sie das, was jetzt gerade sogar politisch Thema wurde, den Air Shield oder den Sky Shield. Also das ist ja unsere Idee auch, dass wir Deutschland zum Beispiel alleine mit einem Defensivabwehrraketenriegel schützen müssen, der nicht mehr Reichweite hat als 200 Kilometer, also völlig ungeeignet für irgendwelche Angriffsversuche ist, aber dann, wenn so ein Schwarm an Miniraketen startet, wird alles abgefangen, was irgendwie nach Deutschland will, sei es unterirdisch, oberirdisch, im All oder wo auch immer. Und ja, und dann werden die das genau das bauen, weil sie sagen, ah ja, das sind gute Tipps, so können wir, wenn wir alles umbauen in unseren Firmen, können wir weiterhin gutes Geld von der Regierung bekommen, weil wir jetzt statt für Kriegsförderung für Friedensförderung belohnt werden. Und so werden alle Irrtümer verschwinden. Auch die Gesundheitssparten werden ihre Irrtümer ganz schnell aufgeben, weil sie dafür gutes Geld bekommen, wenn niemand mehr krank wird. Und nicht mehr gutes Geld bekommen, wenn sie so oft wie möglich einen Operationsbedarf sehen, egal, ob der richtig ist oder nicht richtig ist. Wechsel! Ja, Wechsel 2. Ich habe nie bestritten, dass ich glaube, dass die GWO und die Wohlfühlstimme auch ein Mechanismus ist, der so positiv werden kann. Nur ich sage voraus, also schon gar, wenn sie nicht einfach bestimmt werden kann, die Wohlfühlstimme oder GWO, wenn man die Macht dafür noch gar nicht innehat, dann werden verschiedene Gruppen, die eben ihre Vorteile zu sehr infrage gestellt sehen, werden da erst gar nicht mit einverstanden sein. Und das sind ja nicht nur wirtschaftliche Motive. Also nehmen wir jetzt mal an, wir haben wirklich eine überzeugte religiöse Gruppe, die eben sagt, die Unläubigen haben nicht das gleiche Stimmrecht, wie wir das hat Gott so festgelegt. Und wir sind sogar bereit, mehr zu werden, uns mit irgendeinem Bombengürtel in die Luft zu sprengen. Aber wir werden niemals jetzt hier einen Mechanismus zulassen, der uns diese Überlegenheitsvorstellung und Überlegenheitsgewalt nehmen würde. Ich sage erst mal Wechsel und dann gleich beschreibe ich aber mal, wie es sonst in der jetzigen Welt gehen könnte, ähnlich wie beim Beispiel Rojava. Wechsel! Wechsel 4. Ja, also das ist ja der Grund, warum wir jetzt auch unsere Aktivitäten runtergefahren haben, weil wir glauben, dass die GWÖ-GWO-Kombi nie eingeführt wird, weil viel zu viele vorteilbringende Irrtümer, viel zu viele Sparten in den Gehirnen der Wähler als totale Gehirnwäsche funktionieren, weswegen sie die GWÖ-GWO-Kombi nicht einführen wollen. Die Sympathie für die GWÖ, also die Gemeinwohl-Ökonomie, resultiert eigentlich nur aus den Fehlern, die sie beinhaltet. Also die GWÖ, muss man noch mal kurz erklären für die Zuschauer, hat den realistischen Kern, Gutes tun muss finanziell belohnt werden, sonst kommt das nicht. Das ist die Wahrheit. Aber dann die Beimengung sind so linksradikale Dinge, die getragen sind vom Hass auf die Reichen, von Enteignungsfantasien und anderen DDR-auf-DDR hinführenden Fantasien. Aber die Liebe der Menschen zur Gemeinwohlökonomie beruht ausschließlich aus diesen altmarxistischen Fantastereien, weswegen auch jede Regierung erkennt, dass man selbstverständlich die GWÖ nie wird einführen können, weil nur die GWÖ-GWO-Kombi einführbar wäre. Aber dagegen sprechen ja wieder viel zu viel vortragende Irrtümer, die sich dann auch in den Köpfen der Politiker finden. Und deswegen wird da nichts geschehen. Wechsel. Also Wechsel vier. Nochmal ganz kurz. Wechsel vier nochmal ganz kurz. Ja, das Einzige, was uns vielleicht wirklich bleibt, ist Kommune. Und jetzt hat sich diese Frau zum Beispiel, die sich da beworben hatte, letztendlich doch als so schwer beeinflusst von massivsten vorteilbringenden Irrtümern erwiesen, dass ich nicht das Risiko eingehen kann, sie hierher kommen zu lassen, weil sie die Tendenz hat, ich bin mit 35 Jahren, ich bin ein Löwinnenbaby und ich bin ein lebenslanger Pflegefall. Ich kann mich nicht nützlich machen. Ich kann nur nehmen. Ich will mich nur beschenken lassen als Pflegefall. und das kann ich natürlich nicht akzeptieren. Wechsel. Wechsel zwei. Also erstmal zum Letzten. Ich meine, das geht ja jetzt auch über Telegram. Ich habe gesehen, die ist ja da in diese Schenkerstedt-Gruppe eingetreten. Also ich kann sie ja kontaktieren. Aber ansonsten kannst du sagen, das mache ich selbst heute auch mit Interessenten, die wir im Moment nicht zu uns einladen können. Es gibt eine Bandbreite an Kommune-Möglichkeiten. Es gibt eine Bandbreite an Kommune-Möglichkeiten und da kann man mehreres Mal kontaktieren und ausprobieren. Das andere davor, also wir sehen auch, wir sind uns einig, sage ich mal, dass wegen diesem Vorteil bringen Irrtümer in den Köpfen das alles ganz schwierig ist. Kommune ist vielleicht als kleine Gruppe, die so zumindest wie ein Stern dann strahlen kann, das aussichtsreichste. Danach wäre GWÖ-GWO-Kombi, zumindest in lokalen Modell-Experimenten was Tolles. Aber Janik könnte dir noch von seinem Konto geben. Ach so. Ja, dann gebe ich öffnig von meinem Konto. Also Wechsel 3 drücke ich jetzt. Okay. Also wie gesagt, wir sind uns ja eigentlich einig, wenn ich das da raushöre, Kommune als strahlungsfähige Sternengruppe sozusagen, wenn sie überhaupt gelingen würde, aus den paar wenigen Leuten, die sich dafür fähig fühlen wollen auch, wäre was. Das andere ist GWÖ-GWO-Kombi, zumindest als lokales Experiment, wie Wunder von, was weiß ich, Wörl oder Börgl oder wie das da hieß, hatten wir schon mal auch mit Leuten von der Basis, die bei einer Telefonkonferenz mit dabei waren. Das wäre zumindest was, was aufflackern kann als Hoffnung, sage ich mal. Und es ist bestimmt auch anstrebenswert, dass sowas irgendwie gelingen kann. Aber jetzt komme ich mal zu dem, was ich faszinierend finde. Also es gibt ein Demokratie-Experiment in der Welt, wo ich die Gefahr von Gruppen-Egoismus relativ gering einschätze. Und das liegt an den äußeren Umständen. Und zwar ist das dieses Rojava-Demokratie-Experiment der Kurden, da im oberen Teil von Syrien und Irak. Und die haben ein sehr konsequentes, basisdemokratisches, selbstverwalterisches Konzept. Und jetzt kommt das dazu, was ich für sehr faszinierend halte. Durch die ganzen Ideologie- und religionsbedingten Kriege ist das ein Sammelbecken geworden für die ganzen überall sonst kaputt diskriminierten Gruppen. Da sind die verfolgten Christen, da sind die verfolgten Jesiden, da sind die verfolgten Juden, da sind die, also andersgläubige, also ich sag mal säkulare Demokraten und sowieso haben keine Chance eigentlich bei den islamistischen oder sonstig fundamentalistischen Gruppen, die sind da alle so durcheinandergewürfelt und zusammengesetzt unter diesem Konzept der gleichberechtigenden Basisdemokratie. Wenn die an einem Tisch sitzen, dann sind so viele von diesen unterschiedlichen Interessengruppen, die sonst sich gegenseitig kaputt diskriminieren oder zumindest von anderen fundamentalistischen Gruppen kaputt diskriminiert werden, dass die wirklich ein hohes Schutzpotenzial aus meiner Sicht hätten, bei ihren Entscheidungen jetzt wirklich so zu denken, wir berücksichtigen alle mit, dass die nicht kaputt diskriminiert werden, auch wenn sie nicht bei uns am Tisch mitsitzen. Finde ich total spannend, reicht wahrscheinlich nicht ausreichend für die Kinder der Zukunft, aber ist ein vergleichsweise spannend, erfolgsversprechendes... Ende. Wechsel vier. Ja, und meine Befürchtung ist, da wir in einer Außenwelt des Kapitalismus leben, mit all diesen kriegerischen Gelüsten, die aus unserer Sicht ja aus der Waffenindustrie resultieren, durch deren Vorteil bringende Irrtümer, neigt Rojava wahrscheinlich auch wieder zur Selbstentwaffnung und wäre, wenn wir mal 100 Jahre weiterschauen, dann bei der nächsten Gelegenheit militärisch wieder plattgemacht und würde dann verschwinden. Wechsel. Ja, Wechsel zwei. Auch das finde ich total faszinierend. Die Kurden sind schon von jeher bekannt als eine ungeheuer wilde und kämpferische Bevölkerungsgruppe. Die Kurden haben ja für die Amerikaner die Schmutzarbeit abgenommen und haben den IS quasi besiegt. Das heißt, wir haben das seltsame Phänomen, während sonst ja gesagt wird, da im Nahen Osten kannst du mit Demokratie nichts machen, das sind alles so religiös zubetonierte Betonköpfe, die sich gegenseitig sogar innerhalb der Religion platt machen, ob jetzt schiitische oder sowjetische Mordnets und so weiter. Ja, das sage ich noch zu Ende. Also dieser Vorwurf trifft auf eine Wirklichkeit, wo eine Bevölkerungsgruppe da ist, die sich so quasi als die durchschlagskräftigste der ganzen Region auch erwiesen hat, wenn sie mal gleichberechtigte Waffen auch hätte oder so. Und die sind für so eine radikale Demokratievorstellung und die sind so ein Sammelbecken der verschiedensten Interessengruppen geworden. Also mehrere Konstellationen, die das spannend erscheinen lassen. Ende. Wechsel vier. Ja, genau das ist das Unrealistische dabei. Dass du im Nebensatz sagst, wenn sie mal die gleichen Waffen zur Verfügung hätten. Aber genau das ist der Punkt. Sie können nicht die gleichen Waffen zur Verfügung haben, weil eben das ganze System nicht auf effektive Sky-Shield-Waffenabwehr-Fang-Raketen-Entwicklung hingeeicht ist. Ja, also wir wollen ja den Menschen zum Pazifismus wieder bringen, aber wir müssen ja gucken, dass alle auf der Welt erst mal pazifistisch werden müssen. Und das sind sie ja nicht. Ende. Ja, neue Runde. Ja. Die wir aus meiner Sicht relativ kurz halten könnten, weil ich würde gerne zumindest, was wir Ihnen ein paar Minuten eher vor zehn als ein paar Minuten nach zehn, heute zum Ende kommen. Weil ihr wisst, wir haben heute den totalen Stress gehabt und die anderen plädieren dafür. Ich hätte eigentlich schon eine Stunde eher los machen wollen. Also soll ich kürzen auf von drei Minuten auf zwei Minuten oder so? Also soll ich eine Minute oder zwei Minuten runtergehen? Also wenn jeder noch zwei Minuten hätte oder so, würde es noch gehen? Ja, Moment. Eins, zwei. Dann habt ihr zusammen vier Minuten dann. Augenblick. Eins, zwei. So, und jetzt kriege ich... Na, was war das jetzt? Augenblick. Ah ja. Alles klar. Moment, ich muss nochmal hier löschen. Die falsche Zahl gedrückt. Eins, zwei. Ja. Ja, ich muss mal rechnen, aber es stimmt. Wir haben bei euch jetzt zwei Minuten abgezogen und jetzt habe ich also bei mir auch zwei Minuten abgezogen. Jetzt stimmt das. So, wir können loslegen. Okay, ich kann auch anfangen und sage es auch gleich als Schlusswort. Also ich finde es total dankenswert. Danke an euch beide, dass wir hier solche Runden machen und so Gedanken austauschen können, weil ich wüsste nicht, wo das in so einer Weise überhaupt durchreflektiert wird. Und mir ist völlig klar auch, also du hast schon recht, Dylan, also es ist nicht unbedingt wahrscheinlich, dass jetzt zum Beispiel so etwas wie dieses Kurden-Experiment die entsprechende Unterstützung bekommt, weil die großen Politik- und Wirtschaftsmächte gar kein Interesse haben, dass ein wirklich richtig gut funktionierendes Demokratiemodell kommt und ihnen ihre korrupten Strategien entlarven würde. Mir ist völlig klar, dass man lieber dann eine Ukraine als Inbegriff von Demokratie hinstellt, wo die Nazi-Waffenkorps in die Armee dann integriert werden und der Hintergrund eh auch relativ durchwachsen ist, also was da Demokratie gestaltet angeht, als dass man die Kurden fördert. Das ist mir alles soweit nachvollziehbar, aber wenn man es tun würde, wenn man über Demokratie und Menschenrechte als entscheidende Maßstäbe nachdenken würde, dann würde man halt auf so Ideen kommen, glaube ich, wie ich das beschrieb. Ja, ich gebe erst mal Wechsel. Wechsel 4. Ja, da sehe ich wieder den Rest an den Vorteil bringenden Irrtümern der ersparten innere Sicherheit in der Schenkerbewegung, nämlich, dass sie sozusagen, so hast du eben Begriffe benutzt, wie Korrupte und so weiter. Das waren also dieses Vorwurfsvolle gegenüber vermeintlichen Schuldigen, wobei wir ja empfehlen immer, alle, mit denen ich kommuniziere, immer grundsätzlich als Unschuldige behandeln, einfach nur, weil die Kommunikation dann besser geht. Und da war aus meiner Sicht wieder dieses Vorwurfsvolle, wofür übrigens einer in den USA jetzt eine Milliarde Strafgelder, zahlen muss und dazu verurteilt wurde, weil er eben andere Menschen ohne Vorliegen von Beweisen als Lumpen oder Verbrecher oder sonst was öffentlich hingestellt hat. Und das, da hat jetzt die USA erstmals richtig durchgegriffen mit einer Milliarde Strafgeldzahlung. Wechselwunsch. Ja, Wechsel. Wechsel 2. Ja, das ist doch ganz was anderes. Der hat falsche Vorwürfe, Beleidigungen, Straftatvorwürfe oder was weiß ich, erhoben ohne Beweise. Wenn ich sage, dass hier Korruption das Geschehen bestimmt und das dazu führt, dass nicht die besten Demokratiemodelle, sondern das gemacht wird, was der anderen Interessen dient. Ich zitiere Egon Bahr, diesen Spitzenpolitiker, glaubt nicht, dass in dem Verhältnis zwischen den Staaten es wirklich um sowas geht wie Demokratie und Menschenrechte. Da geht es nur um andere Interessen, die verfolgt werden. Lasst euch auch im Schulunterricht nichts anderes einreden. Also da gehe ich nicht hin und mache jetzt konkret auf Menschen bezogen irgendwelche verschwörungstheoretischen falschen Vorwürfe. Und unschuldig. Also ich kann auch sagen, jemand ist vielleicht unschuldig, dass er denkt, die Welt ist so schlecht, dass sein korruptes Verhalten noch das Beste ist. Andere würden es noch schlechter machen. Das kann alles sein. Und insofern, wir würden sicherlich so liebevoll und sanft und so positiv denkend wie möglich an andere Menschen herangehen. Aber es ist nicht so, dass da nicht viele Leute so handeln, dass sie wissen, sie folgen eigentlich jetzt anderen Interessen, Macht- und Besitzinteressen statt Menschenrechten und Demokratie als unantastbaren Maßstäben. Das ist nicht so. Die haben das immer. Wechsel. Piep, piep, piep und Ende. Wechsel vier. Aber genau das Signal, das die Schenkerbewegung aussendet in die Welt, ist genau das Gegenteil des Signals des Weltrates. Nämlich, wir sagen, ihr seid alle unschuldig, wir sind alle Opfer des Kapitalismus und sind voll von Vorteil bringenden Irrtümern und niemand kann was dafür, wenn er fälschlicherweise Irrtümer für Wahrheit hält, während ihr an die Welt aussendet. Ja, ach, da gibt es ja irgendwie doch korrupte Kräfte oder irgend so etwas. Auch wenn ihr keine konkreten Personen nennt, ist das trotzdem so eine Art Grundhaltung des Schuldvorwurfs an andere. So, Yannick hat noch Konto, kann natürlich aber auch Teile davon, wenn er sich verabschieden möchte, dann auch Teile davon wieder an Öffi weitergeben. Ja, beides. Also ich würde jetzt mal kurz noch was sagen und dann gerne die Restzeit an Öffi abgeben, also Rechtsbilderei. Naja, also ich würde es eher so sagen, in Schenkerbewegungen haben wir halt einen Lösungsansatz, der natürlich auch mit dieser Denkart von Vorteil bringenden Irrtümern insofern vereinbar ist, weil wir natürlich auch diesen Kapitalismus Irrtum erkennen und dann eben diesen Weg daraus durch die Vernunft Einsicht und das ganzheitliche Denken sehen. Genau, das kann ich dazu sagen und sage Wechsel oder gebe die Restzeit auch gerne dann an Öffi weiter. Wechsel 4 Wechsel 4 ja, also ich glaube ich gebe zurück Wechsel Ja, gern Wechsel 2 Also wir sind bereit das Positive in anderen Menschen zu suchen, zu sehen, auszureizen, wie weit es geht. Wir sind bereit ihm alles mögliche Gute zuzutrauen. Wechselwurz. Wir sind bereit auch ihm, also jetzt, dass er Irrtümern erliegt, so weit wie möglich auch positiv anzurechnen. Aber wir können nicht übersehen, dass da zum Teil nicht Menschen ans oberste Maßstäbe nach den allgemeinen Menschenrechten gehen oder den Kindern der Zukunft der Verantwortung für das Ganze, sondern vielleicht mit dem Irrtum, das nicht anders geht oder immer noch das Beste wäre, was man tun kann, bereit sind, eben diese Werte unterzuordnen, unter Machtstrategien, Besitzstrategien und so weiter. Also sich da was vorzumachen, wäre aus unserer Sicht weder ein wirklicher ehrliches, ein ehrliches Wohlwollen gegenüber den Menschen noch besser aussichtsreich. wechseln? Na, Wechsel 4, wer ist das jetzt, wer da piepst? Ich muss gucken, was da habe ich, ach so, ich habe noch nicht fest genug drauf gedrückt, das war der einzige Grund. Das war ja der Nachbrenner. Wechsel 4, ja, ich meine, ich sehe halt das Problem, dass Kommunen ja bis jetzt eigentlich nur funktionieren, wenn sie erzkapitalistisch sind. ZEK, Tamera, Niederkaufung, das sind richtige, teilweise richtige Geschäftemacherkonzepte, in denen esoterische Pseudo-Heilslehren verkauft werden und so weiter. Aber die funktionieren. Und jetzt versuchen ja wir, Weltrat und die Schenkerbewegung, wirklich andere Kommunen aufzubauen. Aber das gelingt ja offensichtlich auch der Schenkerbewegung nur in ganz begrenztem Maße, weil eben sozusagen wir sozusagen die Natur des Menschen da offensichtlich nicht durchdringt, dass die Leute sagen, ja, ich möchte völlig Vergeltungsloses schenken jetzt, das macht mich so glücklich, dass ich das unbedingt weiterführen will. Und das irgendwie passiert nicht. Und deswegen sagen wir halt, na ja gut, bevor wir also dem Traum nachhängen, dass ganze Kommunen entstehen, Millionen Kommunenmitglieder entstehen, mit vergeltungslosen schenken, was ja dann auch gutes Tun bewirken würde, zwingen wir die doch über die GWÖ-GWO-Kombi dazu, das Gute tun zu müssen. Aber auch das wird sich ja nicht umsetzen, weil dazu die Menschen zu viel Vorteil bringende Irrtümer im Kopf haben, von den verschiedenen Sparten und deswegen nicht akzeptieren wollen, oft noch nicht mal akzeptieren wollen, dass einer, der uns Menschen Gutes tut, auch mit gutem Geld belohnt werden soll, denn das ist ja für viele dann schon wieder zu viel Belohnungs- und sonstiger Aspektwechsel. Ja, genau deshalb sagen wir, also alles ist nicht gerade so wahrscheinlich, dass es den Riesenerfolg jetzt zeitigt, lasst uns Kommune versuchen weiterzumachen und wir sagen ja auch vernetzte Struktur, also die eigentlichen Vergeltungslos Schenkenden sollen ja unterstützt werden von Verbündeten, die da auf dem Weg hin sind und drumherum und davon haben wir auch immerhin ein paar mehr als von Schenkern, also lasst uns Kommune weiterentwickeln, lasst uns für GWÖ-GWO was machen, aber auf jeden Fall ist das besser, als wenn wir stattdessen Karaoke singen gehen, weil das Schiff der Menschheit ist eine Titanic und da sind Milliarden Menschen leben auf dem Spiel und sogar wenn man nur 0,001% Wahrscheinlichkeit hätte damit was noch zu Positives bewirken zu können, sollte man eher mehr als weniger an Engagement als Schlussfolgerung draus ziehen. Ich danke allen. Wechsel vier. Dann habe ich das Schlusswort, weil ich als letzter noch Zeit habe. Ja, also ich finde es toll, dass wir hier so toll experimentieren können mit der ständig verbesserten Popperfrack, die ja ständig noch nachgebessert wird durch neue Überlegungen, die sich aus den vorherigen Talkshows verbilden und ich denke, die heutige Sache ist gelungen wieder, die heutige Neuerung ist gelungen, aber unabhängig von der Popperfrack selber sehe ich nach wie vor so, dass es für mich und die Naturwissenschaften keine Chance besteht, auch nur einen sogenannten Vorteil bringenden Irrtum der Waffensparten in den Köpfen der Schenker, keinen einzigen Vorteil bringenden Irrtümer der Schokoladensparten, der Spaten innerer Sicherheit und der Spaten Gesundheit zum Beispiel aus den Köpfen zu entfernen, es gelingt uns nicht, Ende, ja, dann können wir noch Tschüssi rufen, seid um Abend alle, liebe Zuschauer, werde prävolutionär, steigt mit aus, wieder liegt, will Frustausbrüche, Tschüssi